Deine Eltern mögen klassische Literatur, vielleicht auch ausgestorbene, flugunfähige Urzeitvögel? Dann ist der Fall Jane Eyre das ideale Weihnachtsgeschenk. Mit viel Witz und Wortspielen schafft Jasper Fordius die klassische Literatur für jeden zugänglich zu machen. Herzlich willkommen zu unserem Adventquiz. Die Antwort auf die Frage gestern ist, weil die Weiße Hexe es verboten hat. Die Frage von heute ist, in welchem Jahrhundert wurde Morgen kommt der Weihnachtsmann verfasst? Die Antwort darauf gibt es wieder morgen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020